Tag gesagt YouTube, ich teste hier gerade die Mineral Airstone. Das ist ein Disk-Ausströmer mit einem Durchmesser von 10,7 cm. Ein Ausströmer soll Sauerstoff ins Wasser bringen und eine Karmhaut verhindern durch die Wasseroberflächenbewegung. Ein Scheiben-Ausströmer hat den Vorteil, dass die Luft nur oben entweicht und nicht in alle Richtungen. Ob man einen Ausströmer braucht im Axolotlbecken, sollte man vom pH-Wert abhängig machen, da CO2 vertrieben wird und der pH-Wert somit ansteigt. Bei der Axolotlhaltung sollte der pH-Wert zwischen 6,8 und 8,0 liegen. Die Sauerstoffsättigung im Wasser ist hauptsächlich von der Temperatur abhängig. Bei 20 Grad Celsius entsprechen etwa 9,195 Milligramm pro Liter Sauerstoff einer 100%igen Sättigung. Bei höheren Temperaturen sinkt somit der Sauerstoffgehalt im Wasser. Da allerdings an einer bewegten Wasseroberfläche ein Gasaustausch stattfindet, kommt es zu einem Ausgleich der Konzentration und sauerstoffreiches Wasser sammelt sich an der Oberfläche. Die oberen Schichten sind also relativ sauerstoffreich. Das Wasser in den tieferen Schichten, wo sich die Axolotl nun einmal aufhalten, verarmt aber an Sauerstoff. Ausströmer treiben natürlich CO2 aus dem Wasser. Da der CO2-Gehalt im Wasser meist höher ist als in der Luft, verliert das Wasser somit ständig an CO2. Diese Verluste sind umso höher, je schneller das Wasser umgewälzt wird. Dennoch sollte man nicht vom Einsatz eines Sprudelsteines absehen, da in der Regel mehr als genügend CO2 für die Pflanzen im Becken zur Verfügung steht. Auf die Entwicklung der Kiemenbögen bei den Axolotln haben Sprudelsteine eine positive Wirkung. Natürlich kann man den Einsatz auch auf die beleuchtungslose Nachtzeit beschränken. Mein Fazit ist, die Blasen könnten im Vergleich zu teureren Modellen feiner sein und der Disk-Ausströmer ist sehr leicht. Alles in allem muss ich aber sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich doch sehr zufrieden. Entscheidet selber, ob ein Ausströmer im Axolotl-Becken für euch sinnvoll ist. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video zeigen, welche Faktoren ihr dabei beachten müsst. Vielen Dank fürs Zuschauen, klickt mal wieder vorbei, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.